Krieg kostet. Sehr viel sogar. Nicht nur aus menschlicher Sicht. Der Konflikt im Nahen Osten stellt für Israel eine sehr hohe Kosten dar, das unter anderem an vielen Fronten engagiert ist. Der Beginn der Operationen im Libanon und der bereits offene Konflikt mit dem Iran werden die Ausgaben nach dem, was in Gaza passiert ist, nur weiter erhöhen. Israelische Ökonomen haben die Berechnungen angestellt, die aktuellen Kosten liegen zwischen 67 Milliarden Dollar, geschätzt von der israelischen Zentralbank, und 120 Milliarden Dollar. Im August machte die israelische Zentralbank eine erste Schätzung der Kosten des Konflikts für Israel zwischen 2023 und 2025 in Höhe von 67 Milliarden Dollar, von denen 32 Milliarden nur für militärische Ausgaben sind, was fast 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP des Landes entspricht. Zu dieser Zahl kamen auch die Kosten von 10 Milliarden Dollar hinzu, um den Umzug von etwa 100.000 Israelis zu finanzieren, die ihre Häuser in der Nähe des Gazastreifens oder der Grenze zum Libanon verlassen mussten, da sie von Raketen des Hamas und der Hisbollah ins Visier genommen wurden. Auch die Kosten, mit denen Israel konfrontiert ist, um sein Territorium mit intelligenten Drohnen zu schützen, sind sehr hoch. Die Firma Iron Dome, die garantiert, dass sie es schafft, nicht weniger als 90 Prozent der Raketen, die in ihr Territorium eindringen, abzufangen, hat einen Preis von 50.000 Dollar für jede Abfangrakete, die sie gegen Angriffe abfeuert, und seit 2011 belaufen sich die Ausgaben auf etwa 3,5 Milliarden Dollar.